hallo herzlich willkommen zurück einen wunderschönen guten morgen die bei ganz herausforderung blutlust geht es in die vierte runde habe es heute früh schon gesehen einige kommentare auf youtube aber wir brauchen halt einfach dann könnte man den alternativen mitnehmen wir bräuchten eigentlich schon hier die kabe oben hinter nicht aber nachdem leute geschrieben haben es funktioniert so nicht machen wir heute mal alternativ mit der rosenritterin jetzt ist ein gewaft wenn überhaupt das wird man dafür den dämonentöter mitnehmen ja gut schauen wir mal ne vielleicht klappt das auch ganz gut oh hey was können jetzt die bäume eigentlich noch mal das habe ich leider vergessen quatsch ja ist ja kein wum hinterwäscher geiler aber gut ne wobei es muss jetzt nicht unbedingt sein jetzt sind die schon mal frozen hier ne da bauen wir mal irgendwas und die auftauen da hinten stimmt das muss jetzt nicht unbedingt heißen dass mit der karum hinter am einfachsten ist weil wenn wir die grünen kaputt machen heilen die gegner sich oder wie war das komm hier jetzt geh halt für die flöte spielen oder heilen wir uns dann das ist immer das problem ich lese mal nix ne ich spiele halt einfach mal so drauf los da manchmal ist das gar nicht so verkehrt wenn man liest ne und bestimmt wieder feindliche verstärkung ne aber 100 prozent ja genau dann hätte ich eigentlich dieses blaue ding da hinten jetzt gar nicht erst kaputt machen sollen aber gut ne dann könnte man jetzt nicht einfrieren shit 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 irgendwas läuft jetzt glaube ich gerade schief oder ne da läuft gar nichts schief eigentlich schmattig läuft da schief ja das habe ich echt einen verloren ne ja gut ja gut alternativste karum hinter kann man auch die rosenritterin nehmen wahlweise schreibt mir doch bitte mal in die kommentare wie ihr das gelöst habt damit wir uns alle bei den gegenseitigen unterstützung jeder seinen neuen helden kriegt so dann wieder vielen lieben dank fürs reinschauen zuschauen abo like da lassen kommentar da lassen wenn ihr wollt und euch das geholfen hat habt euch lieb bis denn tschau wieder bei bis morgen ganz morgen wie gesagt immer leider erst nach der arbeit machen aber ging mal alles wird gut tschüss a byte bei